Diesmal eine DVD-Box, Crusade, die komplette Serie von den Machern von Babylon 5. Ich muss ja sagen, ich muss zugeben, ich bin voll der Spacige, Trekkie, whatever, auf jeden Fall Science Fiction, ich liebe Science Fiction. Und deswegen habe ich die Serie natürlich auch aufgesaugt und Babylon 5 aufgesaugt, damals in meiner Jugend. Heutzutage, wenn ich es gucke, okay, dann sieht das alles, ja, früher war man total fasziniert. Und heutzutage finde ich Babylon 5 jetzt nicht mehr ganz so geil, aber es ist Science Fiction, also scheißegal. So, worum handelt denn die Serie? Das Jahr 2267. Die Erde steht unter Quarantäne, nachdem sie von einer außerirdischen Streitmacht mit einem tödlichen Virus verseucht wurde. Laut Prognosen von Wissenschaftlern wird in spätestens 5 Jahren die Bevölkerung komplett ausgelöscht sein. Was bedeutet, dass es in so kurzer Zeit nahezu unmöglich ist, ein Gegenmittel zu finden. So ruht die letzte Hoffnung der Menschheit auf Excalibur, einem hochentwickelten Raumschiff, ausgesandt, um auf einem fremden Planeten nach dem Heilmittel zu suchen. Ist eine geile Serie, lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die noch im Handel so zu kaufen gibt, ich glaube nicht. Hatte mal halt wieder diese Slimboxen. Ziemlich primitiv gehalten, ohne Booklet, ohne alles, aber trotzdem gut gemacht. Kein einziges drin. Ja, was soll denn das? Muss doch irgendwas drin sein, oder wenigstens ein paar Karten oder sowas. Ist es nicht, aber trotzdem eine gute Serie. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, kann ich jedem nur empfehlen, jedem der auf Science Fiction steht. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken. Lasst mir ein Like da, lasst mir kein Like da. Kritisiert mich. Sagt mir, dass es kein hilfreiches Video war. Ich mache es einfach, weil ich dazu Lust habe. Ist mir egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Tschaui.